Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel, schön dass du wieder eingeschaltet hast und heute gucken wir uns bei deinem Mod an und zwar können wir mit diesem Mod noch viel viel mehr Rüstungen herstellen und zwar für unseren Leib und Seele bzw. Körper und wir gucken uns einfach mal an, eine habe ich schon an, die können wir uns auch direkt mal reinziehen, dafür gehen wir einfach in mein Müllchen, ihr seht jetzt, ich habe wieder Too Many Items und ihr seht schon hier, die sieht ziemlich komisch aus und davon haben wir noch mehr, jetzt habe ich hier mein Too Many Items Menü, die Crafting Rezepte stehen unten in dem Link, den ich unten in die Beschreibung gesetzt habe, das ist auf der Download, nicht verwechseln, da steht kurz unten eine Datei, wie groß die ist, da müsst ihr draufklicken, nicht verwechseln, ja da ist ja gar kein Link, nein, ihr müsst auf die Datei klicken, wo steht so und so viel groß, da müsst ihr direkt draufklicken, da steht der Mod natürlich, gut, kann ich nicht besser erklären, ich habe es auch schon mal gezeigt, für die, die es nicht wissen, es kommt in einem alten Video, wie man Mods vom PC aufs Handy zieht, und da ist jetzt auch gezeigt, wie das da aussieht, na gut, aber gucken wir uns mal in Wort an Sicht dran, wie gesagt, da stehen die Crafting Rezepte, denn sonst geht die jetzt nur mit dem Rezept hier, und ihr seht das jetzt gar nicht so, aber ich seh das, und zwar haben wir jetzt hier so eine halb unsichtbare Rüstung, und diese halb unsichtbare Rüstung, die können wir uns anziehen, wenn wir die jetzt anziehen, dann bekommen wir zum Beispiel sowas hier, und dann sehen wir komplett anders aus, und jetzt können wir natürlich mit allen Sachen machen, zum Beispiel Helm, dann kommen wir noch mit dem Helm, und dann können wir alle anziehen, die sind auch regelrecht, ja, richtig gut gemacht eigentlich, finde ich, und wenn wir mit denen sie noch anziehen, jetzt hier, wie auf dem Bild zum Beispiel, in einem Teil haben wir jetzt das da an, und so weiter, wir können die alle angucken, und, ja, ist eigentlich richtig interessant, aber viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, fast schon, weil, ja, was will man dazu noch zeigen, man hat jetzt hier diese ganzen Anziehsachen, und die beschützen die wahrscheinlich, es gibt auch noch Effekte, die man dazu bekommt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier gerade mal zeigen kann, man bekommt nämlich tatsächlich noch Effekte dazu, ah, irgendwie gezeigt, aber, ja, wie gesagt, manche Rüstungsplatten geben dann auch noch Effekte, wenn man sie komplett hat, aber, ähm, gut, das kann ich jetzt hier gerade nicht zeigen, weil ich sie gerade nicht hab, das ist nämlich sehr für mich schwer, weil ich muss ja selber sehen, wie die heißen, und es ist für mich selber schwer, die zu sehen, weil die, ja, hier drauf ziemlich schwarz sind, wie ihr schon seht, aber, na gut, ich gebe mein Bestmögliches, jetzt hier noch Void, Chestplate, die kann man auch noch anziehen, und so hat man jede Menge Stuff hier, also, hier haben wir schon drei insgesamt, äh, ja, und so geht das halt alles weiter, jetzt haben wir hier noch mehr, könnt ihr auch immer wieder austauschen, jetzt haben wir sogar was aus Leder bekommen, glaub ich, und, wie gesagt, die Crafting-Rezepte, und da jetzt haben wir Cowboy-Hosen bekommen, auch cool, und, wie gesagt, alle Crafting-Rezepte stehen auf dem Link, den ich unten in die Beschreibung gesetzt hab, ich denk mir, das war's doch schon soweit, der Link ist auch schon unten in der... LOL, wisst ihr, wie selten das ist, dass ein, äh, rosane Schaf, der spawnt? Ist mir auch mal gerade aufgefallen, naja, ähm, ich würde sagen, der Link ist unten in der Beschreibung, wenn es euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, gebt ein fetten Like auf dieses rosane Schaf, was ihr euch anguckt, was einfach nur sauselten spawnt, glaub nur mit 5-prozentiger, äh, 10-prozentiger Spawn-Chance, auf jeden Fall, äh, ja, gebt ein Like, und würde ich sagen, wenn euch sowas noch gefällt, so Mods und Textures und allgemein solche Videos, dann lasst doch noch mal ein Abo, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen, da war's jetzt von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, bis dahin, Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.